Was auch, nehm ich mit? Gut, zur Sicherheit gespeichert. Mann, weiß ich ja nie. Lieber auch mal mit Zeug, ey. Halt auch mal mit Zwängen. Was ist mir auf? Scheiße! Ich will gerade die Kisten ausrahmen. Gauen wir. Mehr schreit. Wanne, ha? Geil. Wanne ist möglich. Hesse. Hau mal mit Ruhe. Wie geht das? Wenn wir den in Ruhe zerlegen, hat man mehr Erfolg. Hau mal mit Ruhe? Was ist mir ab? Hau mal mit Ruhe. Hau mal mit Ruhe. Hau mal mit Ruhe. Hau mal mit Ruhe. Moment, hab gleich Zeit. Jetzt hab ich Zeit. Wer hat Lust? Halt nicht so einer. Sirus. Ja, Kumpel, wir waren doch mal Freunde. Wir waren doch auf gemeinsamer Kanditenjagd. Jetzt kämpft er gegen mich. So viel zur Freundschaft. Aber gut. Muss eben drauf klammen. Häft nicht. Er hat eine Schwärzung. Okay. Sirus ist zerlegt. Und jetzt kommt der Speer noch da. Wobei. Mach ich so. Mach ich doch nicht so. Scheiße. Wann hat er zwei. Er sollte, er muss wieder ein bisschen flüchten. Versteht er noch? Ah, raus. Steht er noch. Müsst ihr mich heilen? Oder? Ich fliege da vor. Moment, jetzt hab ich Zeit. Lässt ihn wieder runter. Ist es gut? Wollt ich gerade noch drüber. Ah, was ich da gemacht? Ah, wollt? Ah, wollt? Ich hab die drüber gejumort. Ist nichts. Läser. Ah, das geht schon. 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 Ja, da habe ich Glück gehabt. Müssen wir nicht knapp geworden. Scavenger. Heiltränke habe ich noch acht Stück. Langsam wird es eng. Und die Orks werden nicht weniger. Da ist der Speer. Und Krieger. Scheiße. Abgewehr. Ich glaube, das bringt nichts. Da anders ist. Du blöde Sack. Da darf ich noch nicht mehr davon fliegen. Da die ganzen Rindfieger hinter mir sind. Er wird mich zerschmettern. Aber nicht jetzt. Moment. Oh, das dauert einmal, bis sie fliegen. Er stört. So, wir haben auf jeden Fall kein Fleisch mehr. Schöne, die ganze Malte. Wo kommen denn die alle her? Und die werden nicht weniger, gell? Muss ich sagen. Es rennen noch so viele rum. Und die kann nicht alle auf einmal kämpfen. Das sind mir zwei. Einzelne, ja. Aber alle auf einmal. Das Haltrinke. Prächtig. Auf geht's. Das ist buffert. Haut rein. Liegt schon. Komm schon. Ding hat's. Oh, Zeit. Es wird schon. Das ist Deckard. Und da hat mir die Schaufel zu. Wie glaubt das? Ja, zwei Wenger. Es sind zwei Wenger. Ich stöp' mich nur da. Nicht, gell? Dann kann ich nämlich nicht mehr. Wobei, Eintopf. Okay, mal kurz speichern. Und da oben steht der Wenzel. Was tut da oben? Du Pfeife. Geh runter. Da unten spielt die Musik. Und zwar ordentlich. Da sind noch einige. Und da oben steht der Wenger. Und der Sekt schon. Der ist da, gell? Der nicht klappt. Was dir so lange dauert. Riebe ich auch nicht. Wenn's klar. Jober. Bring deinen Aufschluck. Wo hast du Zeit? Entschuldige. Oh, nix. Was vernichtet die Rebellengruppe von Kaptun? Ist gescheitert. Sehr gut. Was ist los? Sind wir schon fertig, na? Kräftesau. Pass auf. Brauch Fleisch. Tut beleid. Ja, boah. Das ist alles. Schau, wie's da ausschaut. Moment einmal. Brauch ich da schön rein. Schön, was er hat. Geil. Schau dir das an. Ein Kannibalen-Schwein. Das früßt den Wolf zum. Jöwe. Wird kein Wolf gefressen. Ja, was ist los? Sind wir fertig? Diese verfluchten Orks. Kaptun ist nun frei und du bist es auch. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe hätten sie mich sicher noch getötet. Ich werde hier weiter den Widerstand aufbauen. Jede zurückeroberte Stadt wird dem König den Rücken stärken. Und noch eins. Falls du mal nach Montera kommst, such dort nach einer Wolfshöhle südlich der Stadt. Dort wirst du ein Schwert finden. Es hat mich nie im Stich gelassen. Ich habe es dort versteckt, bevor Gamar mich gefangen hat. Wenn du es mir wiederbringst, wird es nicht ein Schaden sein. Wenzler's verlorene Schwert. Ich hole die Augen offen. Auf jeden Fall haben wir die Stopp befreit. Störte sind. Nicht okay. Ich habe einige ist geopfert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir jede Stadt... Das war ein voller Erfolg. Kaptun ist befreit. Danke, Fremder. Ich werde dich in meine Gebete einschließen. Nimm dies. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Die Stadt erobern. Zwei Heiltränke. Ja, gut. Ja, also, wie gesagt, Kaptun ist befreit. Von den stinkenden Orks. Jetzt tue ich wieder plündern. Kann ich mehr da. Was haben wir da? Ja, lauter so Kleinigkeiten. Aber besser als gar nichts. Jetzt schaue ich noch da auf. Jetzt muss ich mal schauen. Den Widerstand geht. Dann habe ich... Habe ich nicht zerstört. Gescheitert. Was? Habe ich das erfüllt? Ja gut, wie auch immer. Scheiß drauf. Ich schaue da auf. Auf jeden Fall sind die Orks weg. Das war unser Ziel. Und der Roman habe ich noch einige Kisten gesehen. Jetzt kann ich mich ja bedienen, gell? Stört so kaum mehr. Was ist da? Gar nichts drin. Ausdauer dran von Fackel. Helle Bade. Nimm mir das mit. Den muss ich wieder Kohle reinkriegen. Habe ich einiges verloren. Moment einmal. Ich habe doch einiges an Fleisch. Habe ich ja davon ein bisschen was verkauft. Weil ich Kohle gebraucht habe. War knapp bei Kasse. Da herinnen war noch die Kisten, gell? Ein Knochenbogen. Was? Schaden 60. Schaden 55. Geil. Halt drin, gell? Und ein bisschen Geld. Das heißt, ich hätte einen neuen Bogen. Moment einmal. Assassinen-Schwert. Es ist vergiftet. Was? Geil. Assassinen-Messer. Klingenschaden 17. Fels ist nicht, gell? Macht den Fall Schaden. Knochenbogen. Jakke schickt, kann er sehen. Das habe ich schon. Nehme ich den her. Und dann brauche ich bei Gelegenheit wieder einen Händler. Habe unglaublich fein Klump. Im Gepäck. Das heißt, ich kann eigentlich nach Redog und den Krempel verkaufen. Redog war, pass auf, auf 9. Okay, ich bin in Redog. Mal schauen, vielleicht interessiert es irgendwo. Was ich gemacht habe. Guck an. Vielleicht interessiert es ja an Xavier. Habe ich eigentlich Lämpunkte kriegt. Schogge, 14 Stück komme ich wieder.